Ja, aber der hat mich schon den Millionen mal gesagt, ich bin im Loser Team. Jawoll, Robin, komm, wir machen das. Ich fahr. Wo ist meine Familie? Gleich nicht mehr. Wir sind in den Stich gelassen. Nee, Lars, man. Ja, dafür kann ich schon mal eine Parade bekommen, sehe ich auch so. Ja, da ist Ball, da ist Ball. Wir haben Lars, also wir spielen 2 gegen 2. Nein, wir spielen gegen 3. 2 gegen 3? Das bin ich mal. Wenn wir ja sehen, ich war. Ihr spielt gegen die beiden Meister. Boah, jetzt seht ihr, wie gut der weiß er da fliegt. Oh, sorry, Ricky, wir fahren mal weiter. Dann zeig du mir mal, wie du fliegen kannst. Oh, da haben wir den nicht erst. Wie kannst du nicht? Hä? Ich dachte, du bist so gut. Hey, Lars. Also, soll ich sagen, was Lars gut kann? Ja, Lars. Lars, spiel mal einen auf Rambo. Spiel mal, als wäre das hier der Chaos-Modus. Okay, dann sind die noch ein weniger. Da hast du dich konzentriert. Ist ja egal. Ihr seid dafür zwei weniger. Jawohl, da ist er dann. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Team. GAS? Oh. Ja, das hätte ich mir auch freuen können. das habe ich noch nicht gesehen oder lang angeschrieben Ja danach! Ich dachte gut, ich kann durchsperren, aber am Spiel der Junge hat doch Spiel-Tech an, am da kommen kann Spiel-Tech also Boah, beide sind doch NUR! Nein Er saß! Na Lars macht das Tor nicht Das ist echt uncool Hast aber schön drüber gehauen, Lars Ich mein, war auch ein schwieriger Winkel Was denn am Jungen rissen? Sonst drückt er dir gleich zwei rein Ich hab keinen Boost, Mann! Der Junge reißt die Fresse immer so weit auf Lars, hau den mir doch nicht von der Fresse wieder weg Ja, ja, ich wollte noch wegfahren so Nimm mich Zeus Ich hab Rückwärtsgang eingelegt, aber die Ich hab keinen Boost, Mann! Zeus-Projekt Hä? Oh, da kommt der Halal! Der Halal! Der Halal! Der Halal! Junge! Ich fimm jetzt erst Boost, bevor ich wieder was mach, Alter! Boots, Junge! Weck mit dir! Boots! Krasser Explosion! Ja, komm da! Denkst du jetzt auch, ne? Denkst du jetzt auch, ne? Denkst du jetzt auch, ne? Den krieg ich aber Oh Gott! So wunderschöne Spaghetti mal erledet Sauber! Guck mal! War doch alles geplant! Lars, warst du an dem Tor beteiligt? Ja? Doch, er ist im Team! Doch, Lars war im Teamplay! Weißt du, was hättest du Zeitlicht 8? Lars hat zugeguckt, Arge! Nein, er hat uns selber und ist mir dabei! Ich bin in die Vorlage gekommen! Ich hab Colt gemacht! Ich hab ihn bald zugehauen! Ich hab das seit der ersten Sekunde geplant! Ja! So, wie der Typ, der 35 Jahre lang seine Rachen gemacht hat! Hué! Ne? Ja, seh ich auch so! Ich hab gelernt, man muss früh anvollziehen! Ha? Kann ich Parade? Was hast du? Keine Glanzparade! Boah, der hat am Ball vorbeigefahren! Oh Lars, nein! Moin! Das hättest du kommen können! Huah! Ich bin an den Ball gegangen! Guck mal, was kannst du? Ich kann an der Wand fahren! Hauptsache Alessio geht's gut! Schön, Fricky! Oh, der kommt schön! Der kommt richtig schön in die Mitte! Ja man, das ist ja schon mal schön, oder? Hi! Ich bin direkt wieder in die gespawnt! Ja! Geht doch! Du musst einfach mal Rambo einfahren! Rambo einfahren! Was machst du denn? Entschuldigung! Boah, Alter, jetzt komm doch hier raus! Ey! Kein Bock mehr! Geh du! Na! Gerade! Ja! 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 Das ist so traurig! Lars! Du musst sagen, dass du mehr Punkte hast! Ja! Auch fast! Das ist sowieso auch traurig! Wo hast du denn fünf Punkte her? Der hat fünf Millionen Rockets rund! Ja! Wir haben noch! Lars, fahr mal! Ja! Erster Ballkontakt bringt Punk-Punkte, Karsten! Echt? Im Private Matches bringt alles nur direkt da einen Punkt! Ja, alles hier, hilfst du! was willst du? der war kacke ein Ohr ich wollte mich mal vorstellen ich mach den Rollen schön ist das ein schönes Ding boah das kann doch nicht wahr sein ich hab keinen Boost was verloren irgendwas noch mal an ditschen ich wollte dich dann auch eine Chance lassen das ist ja so deprimiert wenn ich 3-0 verheiratet Leute der kommt noch mal das verstellt schon hier vor werte und entscheidende zu machen easy ich möchte ein Rematch ja ich auch diesmal sind wir in Team Rot war nicht mal sonst immer Team Blau das Gewinner Team? Blau ist generell das Gewinner Team die Zeiten haben sich geändert Carsten der Wind hat sich gedreht und jetzt am Ende dieses Matches nochmal ein wunderschönes Kommentar von Nils auch auch wir spielen jetzt für ne Cancer Map äh Junge ich hab ja Ritter des Casting warum so nebenbei bemerkt bist du komplett lulli? ich hab nur auf Schlag gedrückt ich hab nur auf Schlag gedrückt lass uns mit dem Fall zum Team oh warte ich wechsel gib Gas ist er noch drin? ja ist er ja warum willst du hier nicht drin sein? wenn wir jetzt verlieren liegt es an der Map ja und dann folgt noch wie Rematch ja deswegen ich kann auch auf so ne unter solchen Umständen nicht spielen JALAS das war kacke naja hätte auch drin sein naja Einsicht ist der erste Weg zur Besserung ach schade oh mein Gott war das swag oh mein Gott ist das swag Kacke oder Lars oder wer auch immer das war wo ist hier das Tor alter? du's damit Robin denkt sich nur so zurück damit lag aber dir auch nein ich hab gesagt aber mein Gott nach weg hast du gesagt ich hatte nen lag alter ich dachte grad beide nehmen die selbe Ausrede wo ist sein Auto da nach links gefahren? kannst du mir mal erklären? bist du doof? natürlich hat mein Auto links Kurve Karsten hat mein Auto links Junge Töter hat mein Auto links mein Auto hat links nicht deins dann spielen wir eigentlich auf so ner Aids mit du machst mich nicht weg und lass nee es war Karsten die Leute ich dachte es war gerade las ich muss ein Haar weißt du wieso die Wagenbeine ist nicht so wuuu ich hab nen coolen Wagen ich hab nen grünen Wagen naja ich hab das Gefühl unsere drei Kandidaten hier haben alle die die Flügeltarnung und haben alle nicht so den Stil ich hab keine Flügeltarnung aber Kopf hoch ne du hast keinen Stil ok ok hast du nicht das sind die Kommentare warum wir ihn hier im Chant slide hier ja d dafür wird er nicht zu alt und Lars kommt aus der macht man das jetzt beim Karneval ? ein nicht der Töte der Oteren im Lauern auf sondern auch Prozent das ein Kurs dafür hat er schon mal ein Lob für die oder ganz immer wie man hier ja auch noch ein paar Uwe war auf Englisch die nicht nur ich hatte auch immer mehr in Marine-Manier, nicht in normal. Normal ist ja auch viel zu Main-Speed. Du musst dir vorstellen, du bist von Taliban beschossen und könntest vielleicht sterben, aber willst die Käpt'n. Ja, nur wahr. Da ist so ein verzweifelter Schrei mehr, aber ohne Verzweiflung drin, weil das soll ja nicht entmutigen. Junge, was? Das soll deine Gegner entmutigen, aber nicht dich. Lass da weggehen. Ja, eins gegen eins Frankfurter Bahnhof. Klickt jetzt auf Untertor. Echt, du kommst nach Frankfurt? Oh mein Gott, das... Oh, helah! Carsten! Warte mal da, helah! Hier, Freaky, nochmal. Danke. Nochmal? Hier, Freaky. Leute, warum lacht der bei hier, Freaky? Wieso krieg ich keine... Weil das so klang, als ob das gewollt war. War's nicht. Oh. Danke! Hi Lars. Ich hab's gesehen, ich hab überlegt. Setz dir den Boost ein. Setz dich nicht ein. Leute, das ist ein Tor. Nein, Carsten, nacht ihn. Fucking hell, Alter. Was soll ich machen? Oh, das kannst du machen! Und das Tor auch, Mann! Du musst den rauskauen, Robin. Ja, ich hab probiert, was du machen. Ich hab' meinen Schergen gefroren. Boah, warum kommt der wieder so... Meine Schergen haben dich getötet. Get's alive! Gelobt. Boah! Da bringt dein Fliege auch nix mehr, Junge! Aber die Map ist schuld. Dein erster Ballkontakt, oder? Nee. Ich traf immer mehr Punkte als dein Teammate. Nett sein! Nett meiner! Nett meiner! Hätt ich jetzt die Möglichkeit auszurasten, wäre das jetzt der Zeitpunkt. Meiner! Arbeit und Familie. Nein! Frau und Kinder. Pfff! Und Kinder. Hey Noah, wie ist es so, seine Frau zu sein? Bist du nicht noch 15? Jetzt hör auf! Jetzt fällst du mir in den Rücken, oder was? Das sollte nicht in den Rücken fein sein, aber... Nee, natürlich nicht. 15! Und ich will nicht, dass du bei RTL wärst, also... Jajajajaja, ne? Tini, lass uns doch noch gucken. Gas, 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 Gas! Ich bin auch bald wieder, gerade. Der ist drin. Nein, aber Kopf hoch! Junge, nix drehen! Oh, dein erster Torstoß! Starke Leistung! Mach hin, Robin! Starke Leistung! Garsten! Gib Gas! Schaffst du! Schaffst du! Boah, diese Map ist so scheiße! Jaja, die Map ist toll! Like literally! Wir müssen zwei Tore verteidigen, zu zweit! Hä? Zwei Tore? Ah, das soll zwei sein! Komm! Ist das dein Ernst? Was war denn? Ja, das ist dein Ernst! Ja, das ist dein Ernst! Das ist das Traurige! Es ist dein Ernst! Das mindestens genauso kacke ist wie Noah! Das meine Pizza alle ist! Können wir heute auch eine machen! Leider war dann keine mehr da! Ha! Ich war gestern extrem einkaufen! Ha! Geh nicht einkaufen! Ja, aber... Ja, aber... Warum ist es ja auch erst 15? Ja, aber... Seine Mom geht für ihn einkaufen! Ja, ja... Ja, ja... Dafür, ja... Dafür, ja, dafür, dass ich ausmache! Ja! Wettze! Oh! Stark, Lars! Also... Ja, immerhin! Wer hat so Tore als du? Vorlage war geplant! Weil ich hab'n Ziel! Starkes Ding, du! Let'sch, du! Boah! Ey, schaut euch meinen Pro-Skill an! Ich hab Carsten gefangen! Ja! Wer hat einfach mehr als du? Ich! Ich! Wer hat 4 Tore schon mehr als du? Ich! Lars, 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 nein! Ganz falscher Ansatz! Weil du scheiße bist! Bei diesem... Wer hat... Hättest du... Nicht... Wer hat mehr Tore, sondern... Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, Jungs, ein Match noch! Ich kann fordern'n Rematch, aber auf einer anderen Map weiter! Okay! Zurzeit steht's 2-0! Kann ich mitleben? Die Folge lohnt sich jetzt schon mal hochzuladen. Du hast zweimal Noah besieg, meinst du? Du nimmst nicht auf, oder? Doch, natürlich nimmt er auf. Da nimmt er auf. Warum sagt mir keiner Bescheid? Wir haben zehnmal... Robin hat sogar eine Ansage gemacht. Einfach ignorieren, einfach ignorieren. Nils, gib mal bitte ein dummes Kommentar dazu ab. Klar! Wozu, wozu? Du musst Kontext erläutern. Noah wusste nicht, dass ich aufnehme. Noah, bist du so... Wow. Warte. Ist die Map übrigens in Ordnung? Aber simpel. Ne, wenn wir verlieren, liegt dran, dass kein Schnee liegt. Weiß klar. Schön. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber... Ja, aber das ist so irgendwie anders. Nein, du Arschloch! Boah, der Verbände, Robin Noah angeflogen. Robin Noah. Du hast mich tausend, Mann. Könnte mal wer, danke! Belogen. Ja, das hast du jetzt nicht berichtet, ne? Bettina! Pack deine Brüste ein! Bettina, zieh dir bitte etwas an! Bettina, lad dich bitte weiter aus! Boah! Erstes Tor, Jungs. Und Noah? Und trotzdem ist Noah schlechter als Robin. Weil ich eine Vorlage gemacht habe. Weil das bei uns so ist in unserem Spielstil. Und Lars Nullpunkte. Oh ja, ja. Sagst du nach einer Minute. Ja. Naja, es macht mich schon peinlich nach einer Minute Nullpunkte zu haben, das ist das Problem. Lars hat keine Nullpunkte mehr. Ja. Ja, holler, die Wald. Wo hat denn der die jetzt her? Pack den Kuchen. Apfelkuchen bitte. Wenn du schon dabei bist, machst du mir noch Mandarinschmand nicht. Oder Donauwelle, Alter. Da fahr ich auch richtig drauf ab, ey. Da geht bei Robin aber einer ab. Da geht mir einer ab, ey. Da gehen die Leuchten, ey. Ich nur die Leuchten. Was war das denn für Sprache? Keiner sagt sowas. Auch bei uns im Niederrheiner, ey, am Niederrheiner sagt man jetzt so. Willst du noch die Adresse sagen? Ja. Also bisher wissen wir ja. Robin, am Niederrheiner, 15. Geht nicht einkaufen. Wir wissen ja nur, dass deine Mutter zuguckt, von daher. Das hat ja kein Problem. Außerdem ist im Niederrhein nicht gerade klein. Doch. Ne, da gibt's genug Stässe. Im Vergleich zu, äh. Äh. Selbst Mönchengladbach gehört zum Niederrhein. Im Vergleich zu deiner Mom ist das klein. Oh. Ich trau' ich mir, was für dein eigenes Show machen muss. Ja, weil kein anderes macht. Nein, ich hab mich gerade gegoogelt. Das war ja nicht mal meiner. Aber wenigstens gibt das zu. Mit Quellenanwerbe. Oh, und. Schönlad. Schönlad. Dimm, 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 dimm. Seh dir das Play rein. Boah. Aber das ist so kacke. Du lachst hier alle. Ja, ja, ja. Robin hat sich nur auf mich konzentriert. Irgendjemand fertig, nicht. Witzig. Würde ich sagen, ihr habt mehr Punkte, aber ich kann nicht sagen. Ey, das könnte mal ne Folge sein, die unterhaltsam ist. Ja, im Hochmut kommt der tiefe Fall. Danke Nils. Da hör ich einmal zu. Du lachst immer an den falschen Stellen, das war gerade richtig, ja? Da flamest du mich ja gar nicht. Oh, okay. Das war. Das war. Ja, ja. Ja, ja. Wirklich selbst. Nein! Das sieht aber fair aus. Fair? Jetzt kommt es gleich, ihr seid ja auch drei. Ja, nein. Ich hab doch voll davor gesprungen. Wie konnten denn da direkt davon vergessen? Ja, ja. Oh, meine Wust! Wie fühlt's denn ne 3 gegen 2 zu verlieren an? Wie fühlst du das an? 3 gegen 2 zu verlieren? 2 gegen 2. Du bist ja zu schlecht. Ne, ich bin zu schlecht gegen die, alle, ich bin mit denen. Ja, du bist ja, du bist zu schlecht, ja. weißt das nicht? Ja, deswegen, ich spiele mit denen, während ihren Team ein Glück ist, weil ich so schlecht bin. Ja, das Match ist nicht vorbei, boah. Ist das nicht vorbei, boah? Jus das an? Waaah! Und das Fliegenkrieg auch noch. Ey, du kommst, wenn du gegen 3 spielst, kein Mädchen fliehen. raus hier alter Hanna ich spiel doch mit euch Robbe tut mir irgendwie dezent leid OH LOLL Carsten, dein Ernst Boah ich hab grad so keine Lust mehr auf dieses Scheißspielen Robbe es macht doch Spaß Tu es mir voll leid ja Noah hatte ich einfach dann das 3 gegen 2 Jaja Tu nicht so die Lexus Essen backe ich dreimal im Boden rum, guck dir das mal an Noah Noah, wie fühlst du es eigentlich so mit 100 Pfundfunken Oh nicht mehr Und von 0 Toren Wie fühlst du es das? Carsten, dich holen Boost Weißt du, Justin versteht mich wenigstens Ja, Robin wollte wahrscheinlich nicht mehr als 2RT Vielleicht in der ersten Runde, ja Ja Wenn man so einen Typ hat, der meint, er könnte alles carry'n Und so ein Boss, weil er... Leute, wir fangen uns grad ein Tor Carsten hält es Er hält es Carsten zum unser Engel Oh ne, ne ne Es hat schon wieder geleckt Ja German Games ist da Es ist einfach nur kickel Es leckt mich, du bist einfach kickel Drei gegen Tora und dreimal warst du ein Leg Ist klar Der Wagen ist OP, der ist broken Ja, Mann Junge, das Spiel ist voll Pay2Win Dieses fucking Christ, Alter Der hat das neue DLC Das Leg-Auto Vicky, hast du den? Nö Wir liegen noch nicht weit vor Ich hab immer noch keine verkackte E-Mail mit mir Ron Dann gibt's eigentlich die, äh Ghostweak-Bestätigungen In der Beta, oder nicht? Oh my fucking God Wie hast du den reingemacht? Dim 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 Ach du hast den berührt Dim 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 5-1 Nua, wie fühlst du das mal an, denn du doppelt so viele Punkte hatten wie du selten als pro Warte, wievielstunden hast du noch mal mehr? Wievielstunden hast du noch mal mehr, Noah? Warte, wo ist der? Ich muss Noah in die Kamera bringen. Das ist schließlich ein Interview. Leute, wir werden verlieren das noch. Lars, Mann, ich bin nicht dein Freund. Lars? Ja? 1v1 Oh, oh! Oh, oh! Tor! Er hat das erste Tor gemacht! Einen Applaus bitte! Für unser Noob! Äh, äh, Pro! Sorry, sorry, sorry. Winnen. Noah! Der Applaus ist nicht so hoh, ist nicht so groß. Noah. Wie fühlen sie sich dabei? 1v1, ganz einfach, das sage ich. 1v1 Das erinnert mich grad ziemlich an so'n Black Ops. Ja! 1v1, nie komm, jungen Nuketown! Junge Schneemap, Alter! Und denkst du, diese 336 Stunden haben's gut gelohnt, in dieses Spiel? 336 Stunden? Ich hab ein paar Tausende. Okay, 1v1, ah. Ja, aber ich und mein Team. Ja. Ist ja nicht so, als wär das ein Team-Spiel. Nein, 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 Chaos ist auch kein Team. Chaos ist Chaos. Chaos, ja. So zur Verpick-Packe krieg ich denn keine E-Mail. Du Verpick-Packe? Nils, du hast übrigens gleich das Schlusswort, ja. Mach mal schon mal die Abmoderation, bevor Nils mal ist. Nein, Nils hat die Abmoderation. Nein, er hat gesagt, er hat das letzte Wort. Ja, okay, er hat das letzte Wort. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und jetzt hat Nils das letzte Wort. Ach, ist jetzt schon gewalt?